Jeder, der schon mal im Video gestitten hat, weiß, dass man Arbeit macht, dass man Spreng gemacht hat, hat zwölf Stunden gedauert, die ganze Nacht, ohne Schlaf, ohne Spreng, wenn wir hier heute nicht zusammenstehen. Der filmt auch diesen allerletzten Auftritt von Jens. Der steht da oben, das hier kann man noch nicht hören. Es gibt aber gleich einen Moment, wir haben ein Intro für ihn vorbereitet, da weiß er, jetzt geht es los. Und ich möchte, dass wir hier die Halle abfackeln. Ihr gebt uns regelmäßig die EZ-Gebühren, vielen Dank dafür, dass hier ist euer Raum. Das hier ist euer Raum und heute seid ihr da drin. Und ich möchte, wenn wir am Montag das Video, das es auch an diesem Auftritt geben wird, auf Bremen4.de angucken, dann möchte ich, dass wir uns alle lächeln, zu Hause die blauen Augen rein, ein Steak aufs Jochbein legen und sagen, Hölle, das war hart, aber das war schwer. Wir fangen jetzt nochmal bei Null an. Wir tun so für dieses Video, das hätten wir uns alle noch nicht gesehen. Dann komme ich auf diese Bühne und dann brennt hier die Luft. Dann werde ich sowas tun, was wir ARD-Moderatoren immer tun müssen. Ich werde bescheiden wirken. Ich sage sowas wie bitte, beruhigt euch doch. Ignoriert das. Werdet noch viel, viel lauter. Und dann frage ich euch diverse Fragen. Ihr antwortet immer mit, natürlich. Egal, was ich sage. Und dann kommt er. Und wenn er hier reinkommt und durch die Menge läuft, dann reißen wir hier die Polen runter. Bremen, könnt ihr das? Ja! Herr, die Nadeln, hier läuft die Kamera. Was? Roland, ich bin ich wieder. Au, der ist voll frischig, ich bin ich. Juhu! Sehr gut. Ich bin aber wieder. Ich weiß, dass das dauert jetzt nicht. Der muss jetzt mal die ganze Treppe runterkommen. Deswegen lasst uns noch einmal gemeinsam durch den Bauch atmen. Wir brauchen jetzt viel Sauerstoff im Blut. Und jetzt beginnt ich den Abschluss, den wir ihn geben. Die Bauch hat die Lust auf das Welt exklusiv bekannteste Radio-Konzerte im Welt. Juhu! und ja 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 Was ist die quasier Beteiligung? Was ist die quasier Beteiligin? Was ist die? Was ist die? Ich werde es denugierenden, ich werde es denugierenden. Ich werde es den Königin, ich werde es den Mund, der Sägebrüche sind. Oh, 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 oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ohne ausgucken! Ohne ausgucken! Lecker, lecker! So wer kann länger? So bitte! So bitte! Ah! effective russische Financierenlicht. Keine AdG 여기 punkt! Establer 많이 Gardner! Strawberry Spring estouré! Lucas está ficando ella omescları con кривones! Dann bieten doch mal alle auf Anbalken. Jetzt spielst du, heiß spielst du, heiß spielst du Oh, wie ist der schön. Oh, wie ist der schön. Sogar ein saint man in lange duschtest ist. So schön. So schön. Oh ich ist das schön. Und jetzt wird die Bedeutung für die Bedeutung, die Bedeutung, Nura, und Harald, die Bedeutung der Bedeutung. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.